hallo ich noch kommt euch hier auf der buch und anlage bei einer neuen runde starcraft 2 222 mit dem die bär und mir euren rob auf aber schon gesagt gute anlage zufall und brotos und einer davon ist morsthor ich habe jetzt das komische replica endlich freigestalten stufe 1 bett ist der wort ist ein neues gebäude ich brauche nur eine neue hedge für den garten das war eine zufall zerk oder zufall botos ist ok nicht schön aber ok nicht schön aber selten keine jächsen bestimmt nur 5000 flieger bei brotos mit sicherheit dann ist auch brotos bei dir wenn es der rana im übrigen ok brotos fährt wieder raus kommt zu dir doch doch unsere verbindeten befinden hier auch hier wir waren hier wir waren hier wir waren hier wir waren hier so lange wie sie nicht das gas klauen lässt ne 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 das habe ich schon genommen Ich verpiss dich wieder mit dem... ...seiner Sonde. Genau. Komm wieder zu mir. Und wieder zu mir, wieder zu dir. Komm wieder, komm wieder mal hin. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich weiß aber jetzt eigentlich ein wichtiger Moment, wo er hätte scouten müssen, ob ich jetzt Linger baue aus den Larven oder weiter Drones. Und er war tot vorher. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen mehr Overlock. Wir brauchen mehr Mineralien. Ah nein, ich gehe vor ohne Reaper kommt. Wir brauchen die Basis unserer Verbündeten. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Wir brauchen... Wir brauchen einen Terraner selbstärgern. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Na, dann brauchst du das doch schon. Nehmen. Ist das deine Liebe? Krieger. Reitkräfte werden angegriffen. Na, Turaner hat schon, ne? Also Echo, also... Oh, ich hab mir noch einen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich will dich da nur am Main stören, dann mach ich doch gar nicht. Ja, bis wir uns stören. Und schön, dass du keine neuen Einheiten her schickst. Da kommen nicht mehr Dinge bei dir rein. Das ist gut. Hat auch zwei Perserger gebaut. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Bist du noch drüber? Da waren wir ja. Hm, aber nur mit einem. Bist du nicht mehr offen. Dann gehen wir zum Host. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Bist auf das Void. Geht's ja Echo. Da ist hier halt immer das komische Fokus, diese Scheißlinge, ey. Warte mal. Siehst du doch schlecht aus? Nee. Wenn's nicht, haben wir auch genug Schaden gemacht. Viel Schaden gemacht. Ich hab den ganzen Echo Witten gekriegt. Warte mal weggekriegt. Von Terraner. Warte mal ruhig kommen. Wenn ich mehr fliege als er. Warte mal, mir fehlt ein bisschen Gas. Äh, warte. Warte mal, nicht viel. Warte mal ein bisschen. Reicht mich schon. Zum Anfixen. So, dann wollen wir gleich vorgucken. Ich geh jetzt auf Fight Wars nebenbei. Nicht genügend Energie. Ist wirklich viel flieger. Bei mir kommen sie. Die Hetzer. Und... World Race. Na, das wollte ich in die Valzei, wollte ich mir schon. Die Hetzer musst du killen dann. Ja, das... Ja, das ist kein Ding. Oh, Terraner bei mir. Na, die kriegen wir, wenn sie einzeln kommen, das ist gut. Das ist schön, wenn sie einzeln kommen. Können wir einen nachher anderen killen. Haben wir jetzt den Toss auch killen? Los! Die sind ja bei mir, ne? Oh, ne? In der Base. In der Base. In der Ramp. Kann ich jetzt... Du musst jetzt zurück, dann bitte. Geht zurück, einfach. Friesen sich ja selber, als mit der Schuld-Batterie. Die unsere Verbindeten befinden sich im Kampf. Nur los und drauf. Zentry hab ich noch bekommen. Wir brauchen mehr Mineralien. Das Panzer wird ja eh nichts dastehen. So viel Armee. Wenn jemand Terraner rein muss. Geht bestimmt noch nicht viel. Nur auch viele Marines. Du musst jetzt mit den Teilen ein Ekko holen. Mach ich ja. Ich hole noch so lange Echsen, Echsen, Echsen. Bei den Echsen hat er, hat er schon. Kannst du mal bei den Borodos reingucken und dann noch was kriegst. Und ich nehme hier Upgrades, Upgrades, Upgrades und Echse, 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 Echse. Und unsere Schreitze werden angegriffen. Komm jetzt bitte. Nicht. Ja, mit dem Drop wollte er kommen. Hast du ein Gericht? Ne. Hat auch meine Hydrows gleich gesehen, ist ein Hydrows geflogen, aber da ist halt so schnell der Drop. Gleich wird abgehauen. Wie sieht's denn hier aus? Hier hinten noch voll saturiert. Nicht genügend, Echse. Wenn man schon eine dritte hat. Wir brauchen unsere Verbündeten Befindung. Ja, ich komme. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Oh. Wir brauchen mehr Mineralien. Komm jetzt auf die Terra... Toast kommt jetzt auch, gell? Okay. Ich sage hier was aus. Die Basis unserer Verbündeten wird verdroht. Bei dir ist der Drop? Mhm. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Mutation abgeschlossen. Ungültiger Befehl. Wir brauchen mehr Oberloch. Jetzt bitte nicht! Katze jetzt bitte nicht! Brauchen wir Oberloch? Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Oberloch. Mit der Mord, wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Oberloch. Katze! Gibt das nen Bildstankkörmizil? ich hab meine fünfte gerade 1 2 3 4 und bin doch theoretisch demnächst 200 jetzt kommen sie bei mir mit kolossen vor den hilfe dann und jetzt kommen sie kolosse nicht halluziniert kommst du ja ich komme jetzt vorsicht ich komme jetzt nicht runter ich komme runter wie du kommst nicht runter ist zugemacht worden ja dann werden wir sterben gleich auch ich komme nicht runter habe ich jetzt tot allein schon die marines fehlen mich die basis unserer verbündeten wird bedroht wenn du nichts hast bin ich tot keine ramp die ist so scheiße ach gehen da oben die marines die marines das ist zu spät jetzt wir brauchen mehr overlords den kompletten obos neu bauen wir brauchen mehr overlords ich hab nichts mehr gar nichts mehr ne wir müssen das komplett tofen nochmal neu machen wir brauchen die ulis gegen was gegen alles ich hab jetzt so viel verloren sind hier auf jeden fall wieder vorne wir brauchen mehr mineralien wirklich nicht ne jetzt kommen sie bei mir unsere streitkräfte werden angegriffen warum ist noch nicht durch kann ja nicht helfen die schlechte möchte evakuieren noch ein stückchen dann kann ich kann ich zogen jetzt komm mal wenn du meinst wenn du meinst ohne ende ey wenn du meinst wenn du meinst dann so dann drauf hat er die gold hier unten ne wo man die ok die läuft noch nicht wirklich die kolosse ey dann machen wir den voids kaputt dann machen wir den voids kaputt dann machen wir den voids kaputt die 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 als vorher die ramp ist aber scheiße macht uns aber doch sperren sie uns ein ja was sind meine storms wir brauchen mehr mit der alien wir brauchen mehr mit der alien we brauchen mehr mit der alien mit der alien Schaffst du das? Äh, komm mal. Meine Armee kommt jetzt klickerweise jetzt. Oh, ich hasse die so wie du meinst, ey. Jo, da sind wir draus, vorbei. Wann, das ist jetzt wieder der Gitarrensinn, das ist so nervig. Ich hoffe nichts mehr. Wo nicht? Keine Minerals genischt. Das Kalienfeld erschöpft. Komm mal rausgehen. Der war noch bestimmt irgendwo überall geäxt. Das war so gut auch für uns. Naja, das war der Ende Kampf, den wir verloren haben. Was ist denn mit wem du meinst, ey? Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Ja, 3-3 Marines. Ja, komm mal raus, ist vorbei. Ichi. Das sah so gut aus am Anfang. Ja, aber bis sind wir halt nur noch geäxtert dran, oder? Guck mal. Das geht eigentlich. Nö. Wir waren fast gleich, haben wir halt schlecht gefightet. Ja. Wenn der Fight nicht so gewesen wäre. Weil ich war oben eingesperrt und du warst halt unten, ist halt doof. Ja. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.